Hey Swisscom! TV einschalten! Sag ihn, sag ihn! Die, die kämpfen ... Come on! Das ist ein Bär, oder? Ein Bär kommt ... Logisch, ist das ein Bär. Im Dschungel. Im Dschungel. Mogli. Ich hätte das auch gesagt, aber der Bär hat mich verwirrt. Der Bär macht ihn im Dschungel. Was soll ich denn kennen? Ist das das Zeitalter? Ich will nicht falsch sagen, sonst kriegst du einen Punkt. Ich bin gef***t. Okay. Back into the future. Yes! Ich habe dir einfach geholfen. Ja! Was ist das Zeitalter? Ui! Ah! Ah! Nemo! Findet Nemo! Ja! Nein! Ist der Vater etwas? Ja, es hat natürlich das Kind vermisst und nicht gewiss, was zu machen. Das Handt mit einem Account. Wolf of Wall Street. D newspaper. Ah! Ach, ja. Driver! Nein! Was ist das? Was ist ein Punktabzug? Harry Potter. Harry Potter! Woohoo! Yes! Woohoo! Oh, man, I got the ball. Hey! What, Sky? Das wäre geil. Nein. Also, wir haben Swisscom TV und ich schaue an Fernsehen, aber manchmal nicht alle filmen. Nein, ich will es nicht, es geht nicht. Hahaha! ... Untertitelung des ZDF, 2020